ja willkommen mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia wir sind immer noch im Arklanzsumpf und müssen immer noch einen Weg zum Fassible Moor finden warum auch nicht aber erstmal immer noch hier rumeiern und alles wirkliche suchen und finden und was weiß ich was auch immer uns noch hier erwartet in diesem mysteriösen gruseligen nicht so gruseligen nicht so mysteriösen moor na gut weiter im text und raum schwarz feiern geil und ich habe wieder auf erste stelle hingeballert weil ich kann ich könnte mal unter erstes was gucken ich habe zwar weil ich habe das die angewohnheit hier das nicht so oft zu okay man kann man dann auch hier ja diese ganze dinge kp und 30 prozent wir sprechen nämlich nicht an sehen wir so kleine sachen die zehn prozent oder so auf die kann ich auch zichten und trotzdem durch davon kam ich denn von hier links lang gegangen also muss ich hier rechts gehen glaube ich weiß ich nicht schon wieder zwei sekunden her seit der letzten aufnahme und deswegen kann er wieder ein bisschen dauernd sich ein finden so da ist ein beutel was ich aber nicht geändert hat ist dass ich alles mögliche einfach okay da geht er weg geht weg da hinten wird sagte was oder auch nicht doch der glitzerte was warum hat das gedacht ich gedacht habe dann wird das was wo kommen wir immer noch im so ok da ist ein beutel da oben ist ein speichern und laden und zu gucken federn jetzt mit 10.000 soldiers an einer seite ja ja na warte na ja da ich bin jetzt mit der fliege umrundung abwehr ich habe mich dafür hey ich dachte wenn ich jetzt abwehrdruck dann kommt jetzt direkt hier kann ich mich wieder an teleportieren oder da war eine sekunde ich habe ich habe nur ab gewährt eigentlich davon noch mal her ich habe kein gericht mehr mann hier sagt reiner mit mit teller gegessen und weiter geht's wir sehen muss er was okay die 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 verdammt ich habe mich heranschleichen ich möchte mal ausprobieren ja ich habe die wohnung ja auch das eigentlich wird klappt aber das ist aber das ist mit die 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 war wir im dahin von war nicht hin ich verwechselt immer ja na gut weiter was haben wir hier kp gewinnen tp meinetwegen so wie ihr geist ja also sicher ja sicher fp mit dingen arbeitet sich auch immer weiter aus ich glaube sie ist in führung ja genau wieder bei eben geil das bin ich angeguckt aber ich denke mal ist es gut so psyche oder geist 3 ich mach mal erstmal so um fp zu sparen und zu gucken was wir noch wenn wir können ja ich war schon wieder nicht von wo ich gekommen bin egal da war ich schon da drin oh gott kommt direkt 2 wird mir theoretisch folgen können und rahmen schwarz wieder viel da sind sie wieder aber das wird wohl geil wieder im haus die blöde oder es ging dann und da ist noch wieder dort und da ist noch wieder was bitte und da ist noch wieder weg teufelsschwanz muss man bald wieder ein paar komische zusammenstellen ja ich habe eigentlich gesagt vor in den nächsten zehn minuten die aufnahme session heute zu beenden ich hoffe ich werde nicht direkt schon wieder in story und episches zeug eingezogen deswegen verbringen wir den restparts verzeichnung bekämpfe tut mir leid bei der zauberlose der team rolling der heben da könnte speichern ja okay dann waren wir ja noch ein bisschen auf es können es bringt nichts was insekten haben wir insekten ab in stöcke er lohnt sich nicht damit gebettelt kommt er das ist ein halber kämpfe kämpfe wahlpart ein halber sag wir haben das schon gedacht das ding muss jetzt oder noch mal so schnell wieder dinge füllen sag ich möchte mich ab und liebe sehen und sagt okay und ich steuere mal diese nur um zu gucken dann kann ich mich hier so was kannst du warte mal gut und jetzt fangen ist okay oder bengen es könnte vielleicht doch nicht so schlimm sein die grenzüberschreitungen bisschen zu erhöhen dann hätte ich auch mehr zeit die ganze rasen nachschlagen sollte vielleicht nicht so schnell die ganzen arzt lernen weil das ist irgendwie probleme ich komme dann irgendwie nicht mit den ganzen arzt zurecht mehr fp brauche ich auch darauf achten und bewegung um zehn prozent haben wir noch wieder herstellen plus wieder herstellung vor der steig von 50 auf 70 verbundener verbundener partner wieder blieb wird was keine ahnung ich nehme es einfach so leia princess leia arzt arzt was kann doch hier sagt halbmond blitz kp gewinnen nein zerteilt seine objekte zum kampf wirksamer ok fp hallo auch noch mehr fp hallo dann wir ja noch eine maratia das war nicht die objekte werden besser das habe ich hier ausbildern können so angriff das ist doch mal gut auf hier wird kannst du noch nehmen nicht schutz hier meinetwegen und du bekommst noch nein kein illusions angriff und so datier und datier datier so und noch ein bisschen trainieren hier kommt ja das man sagte mich haben ob spinne vielleicht immer noch nicht gerade heute vielleicht noch von mädra oder leer auch wenn der angriff nicht klappt gewinnen können wir ihnen da machen wir jetzt so schnell durchlaufen ich sollte eigentlich auch im training zwischen trainieren einfach gegner töten fällig und sagt da so schnell müssen die kämpfe eigentlich gehen dann mache ich eigentlich in den training session kommt her ok da kriegen wir noch in hat war wo ist hier muss die dinge jetzt hat sie überhaupt eine nein hat sie nicht aber layout eine weiß ich sollt ihr allgemein irgendwie anders und sagt wüste gar schüler fest cool vielleicht noch von ron und wieder und die haben glaube ich noch keine da bekommt auch noch ja auch hey auch und schöner abschluss ja ja mit diesen mit dieser pose verabschiede ich mich dann und wir sehen uns im nächsten part von let's play tales of xilla ich bedanke mich fürs zuschauen und sagt tschüss